Du jetzt, ja, ja, hi, 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 na? Ja, das war wunderbar. Ja, schön. Den 25. Da gucke ich einmal rein. Oh, ich kriege Flügel und Schuhe und Kekse und ein Buch. Da ist noch ein Buch drin, das kannst du dir nicht vornehmen. Aber ich nehme erst mal mal, was ist das hier? December. You've done it. You've saved us. You've made everything right. Merry Christmas to all and to all. Good night. Sincerely Santa. Thank you to everyone who helped out with the creation of this bleh, 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 bleh. I hope you enjoyed Christmas. Chica, chica. Ja, okay. Hier liegt noch ein zweites Buch mit dem Titel Bootfahren by Honeyball. Dazu gibt es ein Lama-Ei, eine Leine und ein Boot. Gucken wir doch mal, was in dem Buch steht. Verbot mit einem Rentier an der Leine. Geil, look it. Ich will ein Eissee. Irgendwo muss hier ein Eissee sein. Es bestimmt ein Eissee. Das ganze Hinsen war so ein Eissee. Eissee? Under the Bitch, you must go stand wahrscheinlich nicht im Buch. Aber wir müssen jetzt... Ich will noch den Schalter drücken unter Santas Schlitten. Das müssen wir am Ende mal versuchen. Das müssen wir am Ende machen. Das müssen wir mal gucken, was dann passiert. Wenn er nicht losfährt, dann lösche ich Minecraft. Genau. Wir hatten mal wirklich die eine Map, da ist er wirklich mal losgefahren am Ende mit seinem Schlitten. Das ist voll geil. So, hier ist der Eissee. Ich habe einen Lama. Ich gehe aber auf die Seite. Ich glaube, hier ist mehr Platz. Hallo, Rudolf. Jetzt hat er eine Leine. Jetzt habe ich ein Boot. Und... Leine, ich habe Boot, Rinder. Und... Oh, mein Gott, ist mir schlecht. Oh, mein Gott, hier ist wirklich Wasser. Oh, mein Gott, hier ist wirklich Wasser. Oh, mein Gott, hier ist Wasser. Ah, ich stecke ihn raus. Ich stecke ihn raus. Langsam, langsam. Ui, 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 ui. Hier lang, hier lang. Ui, Rudolf! Nicht drehen. Rudolf, bist du dich drücken? Ui, 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 ui. Ach. Oh, okay. Ich hoffe das... Ich hoffe das... Ich hoffe das... Hallo. Hallo. Hau. Wenn F5 drückt, ist das jetzt ein bisschen einfacher. Wenn ich was drücke? Hier, F5, damit du dich selber siehst. Ja, uu. Yippie, a yesh! was ist bremsen bremsen wie die bremsen schade mensch da war das wieder eine kurze folge heute dann gehe ich jetzt ich nehme ein mit bei ruder fällt jetzt brot das unsere beiden backup rudolfs ist unsere backup rudolfs die becker wixen ja bei der rote nase ja gut vom wixen ja da trifft die dann schon so ein bisschen ja weiß doch nicht was die häschen da drüben alles so wollen aber die haben ja gerade übelst die wand gerammelt fixen so ach so ja gut alles klar besinnliche weihnachten was habt ihr alles zu bekommen schreibt mal in die kommentare ich bin gespannt welche geschenke ihr bekommen habt wie fandst du denn mein geschenk eigentlich geil richtig geil war das beste ne ja das beste auf jeden fall besser als alles überhaupt so da unten ist der schalter ich hoffe macht macht der irgendwas jetzt haben wir noch ein rentier mehr das ist doch super warte ich würde ich habe noch eine schaufel oder nicht mal vor richtung schalter so drücke den schalter ja also es ist wunderbar wir verabschieden uns ganz herzlich bedanke mich bei meiner mama dass sie mich geboren hat und ich deswegen diese wunderschöne folge machen konnte ich bedanke mich bei euch fürs zuschauen dass ihr das ertragen habt ich bedanke mich bei wuschel dafür dass sie das dass sie mit mir diese karte überlebt hat es war es war mir einfach genügend gerne dieses jahr wieder richtig und wenn ihr keine schönen weihnachten geschenke bekommen habe einfach guckt dieses projekt noch mal von vorne ja genau genau das wollte ich natürlich sagen ich setze mich jetzt aufs renntchen und warte das los geht warte nicht dass da die hopp höher ich werde geschenke ich komme nicht drauf warum guckt er mich jetzt so an kein sattel und er mag ich nicht so muss 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 das wachsen ganz hinten ist wachsen war nicht wachsen doch ist egal das wachsen ich glaube schon ja das hier ist wachsen dahinter das ist doch noch sehr gut ja okay gut dann macht's gut tschüss frohes neues guten rutsch tschüss so genau so so so